Wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geister, Jäger, Kies und Kreis, die wissen wie das geht. Den Todesstahl aufs Genital, ja dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hohn platzt. Haha, das ist so bescheuert. Die folgende Sendung, Geister, Jäger, wird Ihnen präsentiert vom katholischen Sipp. Wow, das hat aber ganz schön meine Kehle durchgespült. Und wenn ich das hohe C singe, dann räuchle ich ja gar nicht mehr. Ist das toll. Macht dem Priester eine Freude, sippe katholisch. Was ist denn der katholische Sipp? Was soll denn das sein? Ich weiß nicht, bei mir hat gerade einer das hohe C gegurgelt im Hintergrund. Und warum muss der kleine Tim jetzt so einen komischen, erfrischenden Mund haben? Ich meine, was hat er denn davon, wenn sein Mund erfrischend ist? Stell dir mal Dings im Kirchenchor vor. Hast du da gerade ein Gist gesungen? Wo eigentlich ein Fiss kommt. Oh mein Gott, was ist das? Die Schule? Das geht voll nach hinten los. Die Schule geht immer nach hinten los. Viel zu großes Gebäude. Keine Aktivitäten. Ganz viel Trauer. Aber die Kinder schreien, mach doch mal Schule. Mach mal Schul. Und dann Irrenanstalt ist noch größer. Passiert noch weniger. Allein diesen Mob hier finde ich verdächtig. Weil der hat überhaupt keine Fasern. Das ist einfach nur so ein Metallding. Was willst du damit? Ja, weil die Kids schon die Fasern gestohlen haben. Ja, oder ist es für die getrocknete Kotze? Du kannst damit... Guck mal, siehst du den Fleck da vorne? Den kannst du halt wegkratzen. Alter, was ein Fleck, Junge. Wen jagen wir eigentlich? Äh... Joseph Garcia? Umso besser, wenn wir den Namen nicht kennen. Nein, man sollte den Namen wissen. Um ihn ein bisschen so... Weißt du, man muss ihn ködern. Man muss ihn ein bisschen anlachsen. Okay, also Temperatur habe ich hier schon mal nicht. Oh mein Gott, der Schulbus ist besessen. Bist du schon wieder draußen? Ja, der Geisterschulbus. The Ghost Bus. The Ghost Bus. Ghost Bus Driver. Who you gonna call? Du hast jetzt schon hart Psyche verloren. Es geht nicht los. Ja. Joseph Miller. Joseph Miller. Gib uns ein Zeichen. Lass sein Telefon bimmeln. Nichts gehört. Oh, Licht ist aus. Unten an der James Brownstone. Braunstein. Braunstein. Ich war auf der Braunstein Academy. Der kleine Timmy. Geil war auch einfach wieder letztens im Fernsehen. Hat dann wieder irgendein Interview gegeben. Und der Mann hieß einfach auch wieder Slow Mo. Es ist so der Name. Slow Mo ist der geilste Name überhaupt. Es ist so ein geiler Name. Ich bereue es, dass es nicht mein Name ist. Ja, es ist so ein... Ich finde den Namen so gut. Der ist so gut. Ich bin so happy darüber, dass mein Kater Slow Mo heißt. Slow to the Mo. Gib uns ein Zeichen. Joseph Miller. Ist der nicht irgendwie Gazzia? Nein, der hieß Joseph Miller. Verkaufst du am Straßenrand Orangen? Nein, macht er nicht. Siehst du? Kein Mexikaner. Wow. Ich hatte glaube ich... Was war das? Ich hatte glaube ich ein Geister-Mieb. Gib uns ein Zeichen. Echt? Hast du einen kurzen Mieb oder was? Hatte ich eben gerade einen Mieb? Ich weiß nicht, der ist jetzt nicht mehr so hoch frequentiert, der Mieb. Gib uns ein Zeichen. Es war einmal in einer Schule. Bist du hier? Bist du hier oder oben? Bist du auf dem Klo? Gib uns ein Zeichen. Bist du in der Herren-Umkleide? Damals, weißt du noch, als wir in dieser Herren-Umkleide waren, auf einmal dieser Typ im Lederanzug reinkam und wrestlen wollte? Das war nicht ich. Das war irgendjemand anderes. Keine Ahnung, mit wem du da drin warst. Das war nicht ich. Ich habe die Erinnerung vielleicht ein bisschen verschoben. Das kann gut sein. Ruf uns an. Hey, I just met you. Mit was rennst du denn rum? This is crazy. Jetzt gerade mit dem Thermometer. Und Parabello. Ist das irgendwelche Thermoschwingungen? Nee, bisher nicht. Da! Telefon! Was war das? Irgendwo hat ein Telefon geringeldingelt. Aber wo? Über uns, glaube ich. Das war recht weit weg. Ja, ja. Das war wirklich ziemlich weit weg. Oder hier drin. Nee, das... Glaube ich. Telefon frei. Gib uns ein Zeichen! Ruf mich an! Ich habe doch irgendwas gehört gerade, oder? Hier hat ein Telefon geklingelt, aber ich glaube es war oben. Weißt du, Wasser? Nee. Oder als würde dir einer irgendwo Bon rauchen, oder so, hat sich das angehört in der Ferne. Das ist in deinem echten Leben. Ja, die Nachbarschaft ist schon echt runtergekommen mittlerweile. Gib uns ein Zeichen! Sprenkel nicht mal mehr ihren Rasen. Gib uns ein Zeichen! Bist du ein kleiner Schuljunge? Nimm mal den Parabillbil. Der Parabillbil, er sagt nichts. Irgendwo in irgendeiner Richtung Paras empfängst. Das Problem ist, dass deine Geräusche auch Parabillbil-Geräusche sein könnten. Gib uns ein Zeichen! Da waren Knarzen hier in die Richtung. Er hat doch eben gerade auf jeden Fall uns angerufen. Dann kannst du das Kackhaus ja schon mal nicht sein eigentlich. Bist du hier? Nee, es ist irgendein... Irgendein Leerraum. Gib uns ein Zeichen! Hm. Ey, das ist echt in so einem riesen Gebäude ein Geist. Bist du hier? Wähle 555 Geistermänner. Hast du das Licht ausgemacht? Nee. Hier gibt es halt so sau viele Telefone, ne? Ja, ja. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen! Werde aktiv, Joseph Miller! Wo bist du? Alles 0,0 hier. Mann, das gibt's doch nicht. Hier! In die Richtung. In die Richtung. Ja, ich hab's auch gehört. Die Richtung rechts von mir. Was willst du von uns? Irgendwo hier rechts, hinter der Wand, oder? Ruf uns an! Lass es länger klingeln! Please call again! Gib uns ein Zeichen! Klagen so, als käme's irgendwie von rechts. Aber hier kann man nirgends so rein. Da ist nichts. Auf jeden Fall hier diese Area. Gib uns ein Zeichen! Hier könnte es irgendwo sein. Hier könnte es auch sein. Verdammt! Wie ich diese Schule hasse! 14,7 13,9 Okay, wir müssen jeden Raum hier durchsuchen. Gib uns ein Zeichen! Öffne eine Tür! Bist du hier? Okay, mein Licht blinkt. Er hantet. Ich hab ihn gesehen! Hier oben im Gang, wo ich bin. Also doch in diesem rechten Eck. Oh mein Gott, der ist direkt hinter mir. Siehst du ihn? Nein. Er ist direkt hinter mir. Auf jeden Fall, da oben in dem Gang ist irgendwas. Das war seine Startposition. Hast du es gehört? Er hat gecrutscht. Oh ja, er crutscht. Er crutscht. Er ist direkt vor mir! Renn! Ich kann nicht! Oh nein! Sprinte, nein! Geh weg! Weiche! Weiche! Verschwinde, Joseph! Verschwinde! Zurück in deine lumpige Lumpenhöhle! Geh in deine Lumpenhöhle, du lumpen Ding! Wie weit kann ich noch rückwärts laufen? Ewig, ewig. Ja, ja. Hier die Treppe runter. Oh, er ist weg. Er ist weg. Oh, er ist irgendwo da hinten. 12,5 Grad nur noch hier. Er ist irgendwo da hinten. Okay, ich werde da hinten meine Kamera platzieren. Weißt du ungefähr, wo der Raum war? Ja, so ungefähr weiß ich es. Folg mir mal. Da hinten ist auch, ähm, ein Stromkasten. Wir können auch gleich wieder Licht anmachen. Alter, er hantet schon wieder. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott, wir kommen da nicht hin. In die Ecke. Wir müssen runter, uns mit Pillen versorgen, unsere Sucht frönen. 7 Grad, 8 Grad. Komm schon, renn, 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 renn. Wir müssen hier raus. Merkwürdigerweise ist das in dem Spiel Rennen. Ja, aber guck mal, ich nehme hier... Oh, man kann keine Abkürzung nehmen. 5,8 Grad. Er ist da hinten. Er crudgt auch da hinten. 7,3. Also er ist hier oben die Treppe hoch und dann rechts. Wie kommt man hier nochmal raus? Keine Ahnung. Da hinten ist ein Ausgang. Ich fühl auch die ganze Zeit einen Crutch. Hörst du es? Ja, jetzt gerade habe ich es auch hier gehört. Er macht so einen Leichen... Er ist auf jeden Fall irgendwo unterwegs. Er will den Mob... Er hat gesagt, er will den Mob neu auftuschen. Ich werde den Mob ein bisschen tushy machen. Tushy Mob. Alter. Das wird eine Mega-Hunt-Session da drin. Ja, School-Hunt ist halt einfach... School-Hunt ist halt nur für echte Super-Profis. Für Professionals. Ui, wir haben nichts mehr, Alter. Die Psyche... Dass wir noch nicht zusammengeklappt sind. Okay, Parabello nehme ich erstmal weg hier. Okay, ich kann ungefähr sagen, wo er ist. Ungefähr. Also, da ging der Hunt los. Dann wird er da auch irgendwo sein, denke ich mal. Also, wir sind ja eben hier runtergerannt. Das heißt, er ist irgendwie hier. Einen Bleepen hast du dabei, ne? Ich habe einen Bleepen. Ich habe einen Pocket-Bleep. Was sind denn die Queste? Crucifix, Geister-Event. Ich konnte ihn auch schon sehen. Er stand vor mir und hat mir wirklich gesagt, hallo. Ja, aber EMF und so haben wir nicht. Und Geister-Event haben wir auch noch nicht, offiziell. Na, wahrscheinlich war ich nicht close genug. Ich gehe jetzt hier beim linken Eingang rein. Die linken Lane. Die linke Lane? Wie ums Haus rum links, oder was? Ist das schneller, oder wie in vorne? Ja, da bin ich direkt bei der Treppe. Und da müsste ich eigentlich direkt in dem Gang sein, wo er war. Gib uns ein Zeichen. Ich mache jetzt... Er hat schon wieder gecrutched. Ich mache jetzt erstmal Strom an. Warte mal, ich glaube, ich habe eben gerade was umfallen hören hier drin. Hier schwebt ein Buch. Greis, wo bist du denn? Ich gehe gerade die Treppen hoch. Worum musste ich dann? Links oder rechts? Äh, die Treppe und dann links. Und dann den Gang weiter runter? Ich mache jetzt erstmal Strom. Weißt du halt nicht, wo du bist. Alter, ich habe Strom angemacht und er hat es direkt wieder ausgemacht. Treppe hoch und dann links? Ich glaube, wir haben hier einen Hausmeistergeist. Und dann durch den Flur weiter? Er hat schon wieder... Er ist hier drin. Wo? Moment, ich komme raus. Hier, Treppe hoch und dann links. Ich werde schon wieder gehuntet. Ja, ich sehe ihn. Er ist hier oben. Ich habe keine Ahnung, ich bin Treppe hoch. Oh mein Gott! Oh, da hinten. Du bist rechts gegangen. Nein, ich bin links gegangen. Ich komme gerade wieder zurück. Wo bist du jetzt? Ich gehe jetzt wieder runter. Ich versuche zu überleben. Der jagt mich. Der jagt mich. Oh, ich verstecke mich unten im Klassenraum. Ich werde ihn gurgeln. Er ist vor mir. Renn! Flieh! Weiche! Weiche! Hat er aufgehört? Nein, ich habe einen Kutzifix geworfen. Es hat nichts gebracht. Renn einfach. Renn, renn, renn. Einfach wegrennen. Ah, ich habe Atem. Das ist doch schon mal sehr gut. Ich habe Atem. Okay, wir haben Gefriertemperaturen. Wir kriegen dich. Guck mal, du gehst die Treppe hoch. Ich habe frontal gedacht links. Ach, du bist da dann links. Ja, okay. Bist du hier? Von der Treppe aus rechts. Ich weiß, wo er ist. Sprich zu uns. Er kam hier raus. Er kam hier raus. Da, wo ich jetzt bin. Da, wo ich jetzt bin. Ja, Zweier EMF. Die Treppe dann rechts. Ich dachte frontal. Frontal? Okay. Okay, er hantet mich. Er hantet schon wieder. Ich kann dich da hinten irgendwo sehen, glaube ich. Oh mein Gott, er macht Party. Holy shit. Sprich, was willst du? Er crotcht. Hier in der Ecke ist er. Wie alt bist du? Du musst zu mir rüberkommen. Zur Treppe. Bist du ein Mann? Der wird nicht mit dir reden, weil er völlig woanders ist. Ich sehe dich doch. Ich habe dich doch gerade im Flur gesehen. Verdammt. Ist er bei dir jetzt? Weiß ich nicht. Da oben ist auch Gefriertemperaturen. Geh zur Treppe. Wir treffen uns bei der Treppe. Dann zeige ich dir den Raum. Er hantet noch. Was willst du? Jetzt, jetzt, jetzt. Treffpunkt Treppe. Nichts sagen. Okay, komm jetzt. Guck hier, ich habe Atem. Ja, ja, ja. Alter, er hantet schon wieder. Aber das ist die Ecke, wo er ist. Achtung, ich glaube, da kommt die Treppe hoch. Er versucht neue Tactics. Holy shit. Er ist hinter dir. Mach ein Foto. Ich habe kein Foto. Ich habe kein Fotoapparat. Oh nein. Oh Mann. Wie wollen wir an den rankommen? Weiß es nicht. Er ist halt ein Schuljunge. Er ist ein Schuljunge oder ein verbitterter Lehrer. Aber er greift so oft an, ey. Ich würde schon fast behaupten, es ein Dämon ist. Ja, können wir nicht sagen. Auf unserem Geisteszustand greifen wahrscheinlich alle oft an. Okay, er ist wieder weg. Ja, da hinten ist die Ecke. Die Frage ist nur, wie gehen wir jetzt vor? Ich weiß es nicht. Ghosting. Geh erstmal hier raus. Nimm noch keine Pillen, weil jetzt müssen wir die Pillen gut einteilen. Entweder einer observed. Ich geh erstmal. Wenn wir rechts reingehen, sind wir, glaube ich, schneller. Nee, links. Links und dann direkt die Treppe hoch. Ja, rechts ist auch direkt eine Treppe hoch. Und da war er gerade gewesen. Er hunted übrigens wieder. Ich bin draußen. Meine Lampe blinkt aber. Äh, ich bin noch nicht draußen. Ich wollte nochmal zurückgucken. Ob ich irgendeinen Wert finde. Aber ich finde nichts. Ein zweier EMF halt nur, ne? Äh, ich hatte ein vierer. Ich hatte ein vierer EMF. Der hunted durchgehend, ne? Wir sind beide auf null. Er ist nur am Jagen. Klar, ich sage ja. Aber das können wir jetzt nicht sagen, dass es ein Dämon ist. Weil alles uns jetzt permanent jagen würde. Aber er hängt auf jeden Fall da oben in der Ecke. Das ist seine Corner. Am Bufferment Bleach. Ich sehe da nur irgendwo ein Licht blinken. Er hunted immer noch durchgehend, ne? Er hunted durchgehend, ja. Ich sage ja, jetzt muss einer rein. Gestärkt. Mit Kopfkamera und dann holen wir ihn. That's the way. Alter, der ist ultra aktiv. Okay, wir haben auf jeden Fall zwei Dinger. Also, äh, Queste, zwei Stück. Ja, und wir haben einen Hinweis. Und zwar den Ecto-Atem. Gefriert Temperaturen. Das könnte halt immer noch alles sein. Das könnte immer noch alles sein. Vielleicht haben wir ein EMF 5. Ich weiß es nicht. Das ging so schnell. Also, vier Wara. Was wäre es denn mit einer 5? Wäre es dann noch ein Dämon? Äh, oh. Ich habe meine Taschenlampe aus Versehen weggeworfen. Wenn EMF 5 wäre, dann könnte es Banshee oder Phantom sein. Okay. Also, der Plan sieht so aus. Ich schnappe mir eine Kopfkamera, schnappe mir ein Buch und eine Geister-Boombox. Die Boombox hatte ich ja dabei, aber da hat er nichts gesagt. Wahrscheinlich waren wir zu weit weg. Oh nein, ich bin hintenrum raus. Weil er halt abgehuntet hat, der Penner. Aber er macht auch Schüler- und Gruppenaktivitäten. Er macht Schüler- und Gruppenaktivitäten. Ich bin jetzt wieder im Gebäude drin, gehe noch einmal von unten durch. Aber er wird mich wahrscheinlich wiederhunten. Gruppenarbeit, Gruppenarbeit. Also, der huntet die ganze Zeit, ey. Ich sehe dich da hinten. Du bist ja immer noch im Gebäude, oder wie? Ja, ja, ich bin hintenrum raus, aber du kannst hintenrum nicht, ähm, zum, zum Van. Ja, ist auf jeden Fall wieder... Oh, ich habe eben gerade Geräusch gehört. Geht die Skala hoch? Ja, ja, Skala geht hoch. Fünf auf der Bruisemen. Nein! Zehn auf der Bruisemen. Oh nein! Wir haben hier eindeutig einen Feynman-Peak. Oh Gott, einen Feynman-Peak? Ein neuner Feynman-Peak? Oder ein zehner Feynman-Peak? Die Lichter flackern, er ist aggressiv. Da ist er! Ich sehe ihn auf Kamera 12! Er läuft... Er geht spazieren! Ist ein Hausmeister, ein Verbitterter, ne? Ja, ja. Weil sein Besen irgendwie nicht aufgeborstet wurde. Verdammt, der Hand läuft immer noch. Er geht die Treppen runter, er geht die Treppen runter. Ne, jetzt geht er wieder Treppen hoch. Er ist ein Butcher oder so. Er sieht aus wie ein Schlachter. Er ist ein Schlachter mit einem Hakebeil. Der Küchenmetzger. Ja, er läuft da oben rum. Kamera 12 ist er wieder aktiv. Ich höre ihn auch, ich höre ihn auch. Warum bist du denn immer noch im Gebäude? Ja, weil ich nicht rauskomme. Ich war an der Tür und dann hat er angefangen zu handen. Er ist auf jeden Fall oben noch. Jetzt kann ich raus. Boah, ja, das ist der Weg, Mann. Hier, wo ich jetzt rauskomme, da müssen wir immer rein. Okay, der Plan sieht so aus. Also wie gesagt, ich werde jetzt da reingehen mit Buch und... Buch und Fluch! Mit Buch und Fluch! Und dann werde ich dem... Das Buch hinlegen und sagen, schreib da mal bitte rein. Und Skala geht wieder hoch. Ja, der ist richtig bösartig jetzt. Der ist richtig aggro. Who's bad? Hat er gesagt. So, warte mal, ich leg das mal hier hin. Din, 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 din. Okay. Pillen, pillen, pillen. Ich kann eigentlich beide Pillen nehmen. Ja, also wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt rein. Ich gehe jetzt rein. Ja, ich muss beide Pillen nehmen. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu gucken. Okay, du gibst mir Rückendeckung. Sprechbox ist dabei. Oder soll ich eine Kamera? Ne, ich nehme mal Buchenkamera. Okay, Buchenkamera. Da könnte ich das nochmal ein... dämpfen. Aber das mit dem Kruzifix hat irgendwie nicht geklappt. Ja, der ist auch schon zu wild. Jetzt hat der eine Hot Pocket, weißt du, da... Der hat eine richtig heiße Tasche. Der hat eine richtig heiße Tasche. Mach dir mal eine heiße Tasche da drin, dem Geist. Okay, habe ich eine Kopfkamera? Wie hießen nochmal diese Tücher bei Community hier? Hawthorns... Hot... Puploch... Putzer. Ich weiß es nicht mehr. Wer hat auch immer... Got it in my pocket und so. Okay, pscht. Die Kameras wechseln halt immer von allein. Sehe ich dich laufen mit dem Buch in der Hand und Frost. So, Zeit 0 Activities. Ist das wirklich Frost oder rauchst du? Ich rauch. Telefon. Aktivitäten sind auf 1. Das war hier, glaube ich, drin, oder? Schreibe in das Buch. Was? Er huntet. Er huntet. Siehst du ihn? Äh, nö. Und halt immer... Oh, er ist direkt da hinten. Ja, er ist direkt da hinten, ja. Wie kann er mich jetzt schon wieder hunden? Ich bin doch voll. Oh, er kommt die Treppe runter. Oh Gott. Obwohl, ne, er geht woanders hin. Er ist irgendwie rechts in die Wand gegangen. Jetzt kommt er zurück. Jetzt geht er die Treppen runter. Er ist unten. Ja, noch jetzt. Okay, pscht, pscht. Okay. 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 Der ist auf jeden Fall da oben. Der hätte ordentlich Haschmich gespielt, ey. Der hat einen Haschmichmauf. 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 Kamera 11, da bist du jetzt gerade, die Treppen, ne? Licht läuft noch. Ich schau mal ins Buch jetzt. Kamera 12, seh ich nur dich gerade. Ich habe jetzt hier mal noch eine Camp platziert. Ich habe irgendeine Tür gehört. Okay, hier habe ich kein... Ich habe überall Atem. So viel und so lange habe ich noch nie den Geist gesehen. Alter, ich habe überall Atem. Ja, ja. Wir haben oben überall Atem. Das ist krass. Das ist auf jeden Fall eine Ultraquest heute. Und der hantet. Oh, ja. Oh, und wie. Du bist nur noch auf 51. Wir kommen hier an die Grenzen unserer Geisterfähigkeiten. Ich sehe ihn da hinten wieder. Ey, den kriegen wir nicht, Mann. Er ist zu intelligent. Gut, dann müssen wir es heute vielleicht raten. Er ist einfach zu intelligent. Ja, er ist auf Kamera 12 und flitzt da wieder rum. Ich habe eine Kamera platziert. Ja, nee, aber da war nichts. Vielleicht eine Geisterbubbel, irgendwas. Deswegen sind die kleinen Karten auch einfach geiler. Ja, ja. Aber egal. Die Leute wollen es, sonst sie kriegen es. Jetzt stell dir mal vor, Asylum ist nochmal irgendwie ein Stockwerk größer, weil da hast du ja einen Keller. Ja, ja. Das ist einfach nur... Bis du ihn gefunden hast, bist du schon so seelisch runtergewirtschaftet. Ja, ist auch echt so. So, der hantet es vorbei. Es ist irgendwo da oben eine Buppel oder so. Ich bin jetzt auch erstmal draußen. Ganz unangenehmer Kollege da drin. Ganz unangenehm. Im einen Raum hier sehe ich jetzt nichts. Du müsstest ja die zweite Etage komplett ausstaffieren. Irgendwie mit Kameras in den Fluren. Das ist das Problem. Ich... Bist du hier durchgeswitcht hast. Das ist auch so schwierig, ne? Du sagst jetzt, oh, auf Kamera 11 sehe ich ihn. Und dann gehst du... Willst du aber auf Kamera 10 zurück? Geht aber nicht, weil... Wenn wir noch einen Hinweis hätten, wenn er ins Buch schreiben würde oder so, dann könnten wir wenigstens so ein bisschen riddeln. Ja, oder wenn er halt reden würde. Okay, ich werde jetzt noch eine Kamera mit Stativ mitnehmen. So. Und ich werde den Geistersprechmann nehmen. Er hat auf jeden Fall das Licht hier ausgemacht jetzt gerade. Er ist auf jeden Fall in dieser Area ganz präsent. Im Flur, da macht er auch gerade wieder Licht aus. Ja, warum kann ich... Jetzt macht er Licht an und aus. Also er macht eine Party da drin. Er ist... Irgendwie hat Spaß. Dann machen wir mal Party mit ihm. Aber keine Bubbels, ne? Nee. Ja, er macht da schon... Okay, das ist halt die Frage. Wenn er jetzt irgendwas ins Buch... Vielleicht hat er mir jetzt irgendwas ins Buch reingepackt. Dann könnten wir schon mal Dämon weiter eingrenzen. Weil er eben halt auch mit einem hohen Level mich einfach attackiert hat. Da hat er gesagt, ja, kenne ich nix. Ich bin hier Joseph Butcher. Und er greift häufig, sehr häufig an. Also er hat ja wirklich viele Hands gemacht jetzt. Ich bin auf deiner Kopfcam jetzt. Bist du hier? Bin ich auf der Flurcam? Aktivitäten steigen? Kannst du mich hören? Auf der Sesketun-Skala sind wir jetzt auf einer 3. Bist du ein Mann? Bist du freundlich? Also wenn ich jetzt da reingehe, lutscht er mich direkt weg. Er huntet. Er huntet. Da ist er hinter dir. Was willst du? Er ist direkt hinter dir. Er hat gesprochen. Er verfolgt dich. Er geht wieder ein Stück zurück, aber er will dich. Warum willst du mich töten? Hurt. Hurt. Bist du böse? Er wurde verletzt. Beim Metzgern. Haben dich die Kinder gemobbt. Er ist Metzger. Waren es die Kinder? Also es könnte Dämon, Mare oder Gespenst sein. Er ist immer noch oben im Flur. Ist er noch bei mir? Er blinkt oben im Flur rum, auf der Flurkamera, die du aufgestellt hast. Er geht jetzt genau auf die Flurkamera zu. Okay, dann habe ich ihn erstmal abgehangen. Er geht ganz genau auf die Kamera zu. Jetzt kann ich ihn wunderbar erkennen. Ah, guck mal, ein richtig schöner Metzger. Er will, dass ich sterbe. Er will unbedingt meinen Tod, hat er gesagt. Ist das etwas Persönliches? Ja, du warst einer von den Mobbern. Ganz klar. Du warst in der Moby-Crew. Okay, wo ist er jetzt hin? Weiß ich nicht. Nach der Flurkamera habe ich ihn verloren. Ich muss das Buch noch untersuchen. Vielleicht ist er zur Treppe gegangen halt. Du bist jetzt gleich auch schon wieder. Du bist jetzt schon auf unter 20. Beziehungsweise jetzt wieder auf 22, aber jetzt nur noch auf 18. Okay, ich werde jetzt mal leise sein und versuchen, ans Buch zu kommen. Leichte Aktivitäten. Okay. Okay, ich kann dich auf der 12 sehen. Oh, Aktivitäten steigen. Aber gehen auch wieder runter. War nur so ein kleiner Sneeze. Jetzt, er will mich sneezeln. Er sneest? Ja, er sneest. Ja, er sneest. Asni. Was siehst du ihn? Oh, ja, auf der 12, wo du gerade warst. Er geht wieder auf die Cam zu, die du aufgestellt hast. Habt er jetzt auch mal ein Buch in die Area gelegt. Ich geh nochmal rein mit Fingerdinger. Er sagt, du bist kein Asni. Er sucht seine Bros mit der Bumpy. 2 plus 2 ist 4. Er hat Quick Mass gemacht. Kann ich nicht sehen im Moment. Da oben blinkt es auf jeden Fall hart. Okay, könnte ein EMF noch in Frage kommen. Oder was könnte jetzt noch alles in Frage kommen? Auf den 12. Wir haben Boost, Boombox und Temperatur. Das ist aber eine krasse. Wir haben, warte mal. Gespenst, Mare, Dämon. Ja, wir haben Gespenst, Mare, Dämon. Dämon sagt Buch. Mare sagt Orb. Und, was hat man noch? Gespenst, ne? Ein Gespenst sagt Fingerabdrücke. Okay. Das bedeutet mehr Cam's und Fingerabdrücke. Aber ein Geist kann fliegen und durch Wände gehen. Durch Wände gehen habe ich ihn jetzt, ich habe ihn schon ein paar Mal durch Wände gehen sehen, aber immer, also er ist nur so kurz da drangekommen an die Wand und dann wieder zurückgegangen. Naja. Aber bis jetzt haben wir auch kein Orb oder so, ne? Nee. Also Orb, weiß ich nicht. Orb würde ich vielleicht sogar ausschließen erst mal. Wobei die auch wieder... Ah, das ist schwer. Okay, warte mal. Ich nehme trotzdem den Fingermann mit. Gehst du echt nochmal rein? Du hast nur noch drei. Ich gehe rein. Ich bin ein mutiger Mensch. Ich will jetzt an den Sack kriegen. Naja, gut. Du hast so viel Geld. Falls du drauf gehst, ich hau ab und nehme deine Ausrüstung mit. Ich habe einfach Balls, Baby. Naja, ich wäre jetzt auch nochmal reingegangen, aber dann sind wir beide weg. Dann sind wir beide weg halt. Dann kriegt er halt einen belgischen Doppellunz. Was brauchen wir noch? Buch, Orb? Ja, Buch, Orb oder Finger. Buch, Orb oder Finger. Soll ich auch mal eine Fingerleuchte mitnehmen? Fingerleuchte und Kamera. Oder Fotoapparello. Nicht reden? Okay. Oh mein Gott! Was ist passiert? In dem Raum ist er. Er hattet? In dem Raum ist er. Ich habe ihn eben in der Ecke gesehen. Wo ist dieser Raum? Oben bei der 12... Ich habe da eine Kamera noch reingestellt. Ich weiß aber nicht, ob ich sie angemacht habe. Es ging alles so... Du bist immer völlig auf der falschen Seite. Da habe ich einen längeren Flur zum Abhauen, falls er kommt. Puh. Da oben in der Ecke war er eben und hat sich komisch bei der Schürze gekratzt. Sah merkwürdig aus. Ich weiß nicht, was er da getrieben hat. Er ist immer noch active. Ist er bei dir? Ich sehe ihn gerade nicht. Okay. Da oben müssen wir rein. Kommst du zur Treppe? Ich bin an der Treppe. Also Richtung Kamera guckt. Hier Gang runter. Und dann links... einer der Klassenzimmer. Ein Zimmer hinter dem Buch. Das werde ich jetzt auch mal mitnehmen. Hier Dreck. Er huntet. Hier war er in der Ecke. Hier. Siehst du ihn? Nee, siehst du ihn? Oh mein Gott, der muss direkt hinter mir sein. Oh, er ist direkt hinter dir. Oh mein Gott! Ich sehe ihn halt nicht. Er verschwindet immer wieder. Das gibt es doch nicht. Ich habe fünf Fotos gemacht. Eins hat ihn gesehen. Ich renne die Treppe runter. Oh Gott, der ist direkt hinter mir! Nein, er hat mich! Oh nein! Okay, das ist scheiße. Billy Butcher Man, da steht er. Und Butcher drum. Ich habe wieder die geilsten Fotos. Holy moly! Du musst ins Buch gucken. Oh, ich sitze aber sehr elegant auf der Treppe. Sieht aus, als wäre ich ausgerutscht. Ich bin dann runtergeschlittert. Ich kann leider das Buch nicht sehen. Aber du weißt jetzt in welchem Raum ich war, ne? Ja. Da wo auch das Buch liegt. Da war er. Da war er. Irgendwie in der Ecke. So unheimlich! Mann! Hier drin war er. Hier in der Ecke. Jetzt wo du gerade reingehst. Aber das Buch ist clear. Das Buch ist clear. Er hantet wieder. Dann geh die Treppe direkt runter und geh raus. Ich gucke, ob ich ihn sehen kann. Ich gebe dir Jenseits Unterstützung. Ja, er kommt hier raus aus dem anderen Klassenzimmer, wo du gerade vorbeigegangen bist. Da ist er. Ich sehe ihn ganz genau. Er legt jetzt einen Sprint hin. Ich versuche ihn zu bremsen. Er geht weg. Er geht weg. Er rennt einen anderen Weg. Er rennt wieder zurück. Jetzt kommt er wieder zu dir in die Richtung. Er rennt wieder auf die Kamera. Er hat auf jeden Fall einen bösen Klipperrachen. Er kam aus einem anderen Raum. Ah, der hat irgendwie zwei Zimmer. Ja, aber da renne ich jetzt nicht nochmal hoch. Zwei Zimmer besetzt der Mann. Ist auf jeden Fall ein Zwei-Kammer-Geist. Er geht die Treppe runter. Bei der Treppe geht er links. Jetzt dreht er wieder um. Ist unentschlossen. Geht wieder auf die Treppe und macht ein Swing-Ding. Hans ist glaube ich vorbei, ne? Ne, läuft noch. Jetzt vorbei. Jetzt ist vorbei. Mach ein Foto von meiner Leiche an der Treppe. Ich habe keine Bilder mehr. Weil er immer so geblinkt hat. Ich konnte ihn fototechnisch nicht erfassen. Na, das ist nicht gut, Mann. Ich konnte ihn fototechnisch nicht erfassen. Ich weiß nicht, was es ist, du. Keine Ahnung. Ins Buch hat er nicht geschrieben. Ist Dämon noch zur Auswahl, dann würde ich Dämon... Aber er hat nicht ins Buch geschrieben. Aber es könnte auch sein, dass er im anderen Raum war. Ja, ja. Er kam aus einem anderen Raum wieder. Er ist in so vielen Räumen. Er ist irgendwie omnipräsent überall. Ich habe so viele Bilder gemacht. Und eins von der Tür. Und er ist nirgends so drauf. Ich sag Dämon. Ich sag Dämon und hau ab. Das ist mir zu hardcore. Aber die großen Karten finde ich einfach so uninteressant. Ganz ehrlich. Ja, dann machen die Kleinen mehr Spaß. Die Kleinen machen wirklich mehr Spaß. Weil da passiert halt auch was. Ja, gut. Ich meine, so oft wie jetzt habe ich noch nie gesehen. Ja, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt denke, boah, Intense oder so. Nee, vor allem, weil man hier so gut weglaufen konnte. Und war es ein Dämon? Ein Mare. Es war eine Mare. Also ein Geisterorb. Ein Geisterorb. Ich habe 10 bekommen. Ich habe 10. Ja, seid froh, Zehner. Ein Zehner, aber dafür Tod und Equipment für ein Tausender verloren. Hammer. Nee, weiß nicht. Let's live. Gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss. 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 Vielen Dank.